Schicke einen Transporter für die Gefangenen zu eurer Position. Bereitheit... Auf Verstärkung! Nördlicher Platz! Schnell! Hier ist Brava 7-1, Sendeblind. Hört mich wer? Ghost, hier ist 7-1. Kannst du mich hören? Fuck, wo steckst du, Ghost? Soap, hier ist Ghost. Hörst du mich? Johnny? Johnny, hörst du mich? Bestätigt. Dachte, du wärst tot. 2-0. Deine Männer sollen alles absperren. Bist du verletzt? Ghost, Soap oder Hassan hier sind, entkommen sie uns nicht. Ich bin kein Arzt. Sag mir was, das ich noch nicht weiß. Behalte dein Blut bei dir, du wirst jeden Tropfen brauchen. Danke für den Tipp. Wo bist du? Da ist deine Kirche. Bin auf dem Weg dorthin. Wir treffen uns dort. Du musst improvisieren, um zu überleben. Graves und Shadow sind auf einem Amoklauf. Suche nach Hassan. Nach Hassan und uns. Tu es. Scheißdreck. Unsere Männer haben korrupte Bullen in der Nähe gefunden. Wir sollten uns mit ihnen unterhalten. Kein Glück. Verschlossen. Such nach Vorräten. Dinge zum Bau von Hilfsmitteln. Willkommen im Guerillakrieg. Verdammte Scheiße. Armer Kerl. Auf ein Seil. Das ist dein Anfang. Such weiter. Mein Ventilatorblatt rausgebrochen. Umwickle das Blatt mit dem Seil und brich damit die Tür auf. Klingt, als hättest du das schon mal gemacht. Jahrelange Übung. Das Ventilatorblatt ist im Arsch. Bist du durch die Tür? Ja, bin ich. Gut. Halte die Augen offen. Du wirst noch mehr hilfreiches Zeug finden. Ich bin das Kind und bring es hier weg. Ja, los. Komm schon. Folge mir. Und was haben wir hier? Als bald. Wir haben mehr Polizisten. Bullen, die für das Kartell arbeiten. Was? Zeigen wir ihnen, was wir von Korruption halten. Mit Verrücken, Sir. Er ist in Nombre. Los matará por esto. Ah, nein. Er ist in Nombre. Es gerade no bueno. A mi. Das portará la maldesta Kabeza. Halt die Schnauze. No. Mas. Hablar. Das wird dir muy bekannt vorkommen, amigo. Antin. Hijo de puta. Te voy a dar en toda su puta madre. Bringen sie hier raus. Und führt sie zu den anderen. Wird gemacht, Commander. Diese Narcos sind Kriegsherren. Die Menschen hier tun alles für sie. Samthandschuhe helfen ihr nicht. Wenn sie Hassan verstecken, treiben wir ihn raus. Und? Achtet auf die Briten. Bringt sie mir tot oder lebendig. Ihr wisst, was mir lieber ist. Ja. So Teufel aber auch. Ich habe eine Stirnlampe gefunden. Nicht weit weg von ihrem früheren Besitzer. Gut, aber pass auf. Sie könnte Aufmerksamkeit erregen. Uff. Gibt's was Neues? Die Seltner töten alles und jeden. Kriegsverbrecher. Ich würde nur zu gerne auch ein paar Kriegsverbrechen begehen. Tyrannei. Sie werden büßen. Willst du, wir bekommen grünes Licht, um sie zu jagen? Vergiss grünes Licht, Johnny. Wir sind auf uns allein gestellt. Was ist mit Captain Price? Price ist nicht hier, oder? Der alte Mann kann uns nicht helfen. Diesmal nicht. Ich traue dem Captain. Er wäre hier, wenn er es wüsste. Pass auf, wem du traust, Sergeant. Nahestehende können am meisten verletzen. Guter Rat, Lieutenant. Wenn ich mal groß bin, will ich werden wie du. Du willst besser sein als ich, Johnny. Vielleicht bin ich das schon. Das ist deine Chance, es zu beweisen. Glaubst du, ich lebe noch so lange? Vermutlich nicht. Ja! Untertitelung. garage も scary ist, dass wir also etwas hinzufügen. hinzufügen. Vielen Dank.